was bisher geschah. Nein! Es ist Daddy! Was ist dein Name, Frau? Ich bin Mae. Ich habe eine Daughter, die fast die gleiche ähre als du. Es ist Mae, sie kiegt. Wahrscheinlich aus der Pust. Sie sieht nicht aus. Ich werde warten. Sie hat einen Fieber. Sie ist aufgeräumt. Hier sind sie. Antibiotika für Mae. Ein Stück weiter unten. Und ja, wie man im Intro gesehen hat, wir haben die Medizin für Mae zusammengesucht und sind jetzt auf dem Weg zurück zu ihr. Ich hatte jetzt schon zwei Testaufnahmen gemacht und habe so übel verkackt, dass ich neu starten musste, den Level, weil ich sämtliche Wiederholungen verballert habe, an folgender Stelle. Ja, um noch mal kurz auf das Intro einzugehen, das war jetzt so eine Idee, weil ich ja auch so ein furchtbarer Serienjunkie bin und dann dachte ich mir, komm, du könntest auch mal grad bei so Story spielen, mal wirklich so eine, was ist passiert, Sachen wir noch mal reinbringen. Natürlich nicht jede Folge. Das ging ja jetzt eine gute Minute, glaube ich, sondern so alle zehn Episoden so ruft jemand. Irgendwo ruft jemand und genau an ... 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 Hier ruft sie nicht. Sind wir hier auf der Karte? Nee. Ich kann auch nicht genau sagen, wo es herkommt, aber ich gehe der Sache mal auf den Grund, denn wir sind ein Gutmensch und wir können viele Wiederholungen gebrauchen. Vielleicht hier irgendwo. Also wir haben es ja von der Spitze der Dings hier gehört. Von der Brücke. Ich gehe jetzt nur noch mal hoch, um kurz Ausdauer zu regenerieren. Und dann werden wir uns da drüben vielleicht mal an dem Gerüst umschauen. Sie ruft Hilfe jemand hier oder ruft sie von dem Dach dort drüben. Das könnte natürlich auch sein, immer eine Möglichkeit auf das Dach zu kommen. Schauen wir mal kurz. Ich glaube, da kommen wir der Sache näher. Natürlich ist der Staub hier furchtbar dicht. Ich will auch nicht so viel rennen. Hier geht es hoch. Ja, jetzt kommen wir der Sache doch hier näher. Ich weiß immer noch nicht, wie der Film heißt. Ist ein schöner Endzeit-Film. Aus dem Jahre 2011. Aber jetzt erst zurück zur Frau. Was ist mit ihr? Sie ist hier festgekettet. Auf dem Jahre alt. Eine bestimmte Hilfe. Bitte bitte. Ich brauche deine Hilfe hier. Woah, 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 woah. Wünd. Wünder. 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 Ey, 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 ey. Wünder, ey, 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 ey. Wünder, ey, 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 ey. Hey, back up. Steep him back. Somebody help here. Whatever you say. Look, step back. We're not bad. Don't. Just let us know. I'll help you guys. Hey, he's got a gun. Go, rough guys. So, und jetzt? Und jetzt, Freunde. Du weißt, wo du hingehst. Ich wollte ihn eigentlich auch runterstoßen. So, ein Käse. Jetzt haben wir natürlich einen Schuss unserer wertvollen Munition verbraucht. Wir haben einen schweren Schaden davon getragen. Da kommen wir natürlich mit einem Schmerzmittel alleine nicht mehr weiter. Was haben wir denn noch so? Inhalator. Wir haben allerdings Wein. Wein wollte ich jetzt nicht nehmen. Dann werden wir mal zwei Schmerzmittel zu uns nehmen. Und jetzt will sie auch noch unseren letzten Schuss. Wenn wir uns mühsam ergattert haben. Ja, was machen wir? Haben die Typen uns hier aber... Ne? Hm. Oh, komm. Vielleicht kann sie uns noch irgendwas sagen. Zum Ripp. Du weißt, eine Frau hat mir gesagt, dass es ein paar Erdbewerbszentren für isolierte Frauen und Kinder gab. Einer von ihnen war in North Haventon. Aber das war in den ersten Tagen. Ich weiß nicht, ob es gut genug war, um die Schmerz zu resistieren. Es wäre vielleicht wert, einen Blick zu sehen. Also in North Haventon soll ein Zentrum sein, wo hier Flüchtlinge untergebracht wurden. Ich hoffe, wir treffen uns wieder. Also ich werde die Chance, dass du deine Liebe bekommst. Ja, Frau, äh, wie auch immer dein Name war. Ich hoffe irgendwie, dass wir uns erst mal nicht mehr wiedersehen. Du hast uns nämlich gerade unsere gesamten Ressourcen gekostet. Ich wollte hier gerade nochmal gucken, ob es hier noch was gibt sonst. Vielleicht hat ja hier noch irgendjemand irgendwas vergessen, aber es sieht nicht so aus. Wir gehen an eine Treppe runter. Da sitzt jemand. Und der will eine Zigarette haben. Ja. Kann ich mir jetzt wahrscheinlich erst mal nicht mit weiterhelfen. Ich will gerade mal... Wenn ich eine Zigarette finde, alter Mann, dann sollst du sie haben. Ich wollte gerade mal schauen, was es hier gibt. Bevor wir dann jetzt auch schlussendlich zum Mate zurückkehren. Vielleicht können wir hier irgendwo noch Munition auftreiben oder so, weil das hat jetzt wirklich von zwei Schüsse verbraucht. Einem Einschuss wären wir schon noch ganz recht, wenn wir einen noch gehabt hätten. Und hier gibt es nichts mehr. Wir gehen wieder hoch. Also hier war der... Na, drum geht er hoch. Bei der Frau mit der Handschelle ist auch noch ein Raucher. Na gut. Eine letzte Zigarette. Ihm können wir also auch noch helfen. Und da oben ist ein Gegenstand. Sehe ich gerade. Kommen wir da irgendwie hin? Da gehen wir auch auf jeden Fall nochmal gucken, bevor wir zum Mall zurückkehren. Weil... Vielleicht ist das was. Vielleicht ist es Munition. Und hier führt eine Leiter hoch. Das ist natürlich super optimal. Nicht suboptimal, sondern super optimal. Und wir schauen mal, was sich hier zeigt. Da geht es auf jeden Fall noch ein weiter hoch. Das Gebäude selbst ist nicht begehbar. Aber das... Oh nein. Da ist schon mal jemand. Und hier ist eine Wasserflasche. Schauen, was das für... Für einen jemand ist. Er will auf jeden Fall nichts Böses. Was willst du von uns? Er hat eine Machete. Und versperrt den Zugang hier zu einem weiteren Dach. Aber wir können ihn nicht einfach umbringen, wenn er uns nichts tut. Ah, ja. Er will einfach nur seine Ruhe. Das ist okay. Da haben wir die Wasserflasche erhalten. Aber wir könnten uns natürlich mal kurz hier... Ne? Ne, geht nicht. Na gut. Komm runter. Zurück in den Staub. Und jetzt geht es dann endlich weiter. Zurück zu May. Runter. Und rennen. Ein bisschen Ausdauer müssen wir uns noch aufheben. Runter hoch. Ich hoffe jetzt einfach, dass es klappt. Dass wir rechtzeitig hochkommen, ohne... Dass wir in den roten Bereich kommen. Sieht nicht so aus. Hm. Sehr ärgerlich. Die Trinklösung erhöht uns die Ausdauerkapazität um 1. Ja, müssen wir das Sodagedränk leider verbrauchen. Ich glaube. So. Das hätten wir. Harmonitionen alle. Aber dafür wieder eine Wiederholung mehr. Die wir jetzt hoffentlich nicht verschwenden. Sonst hätten wir uns den ganzen Schieß sparen können. Und Achtung. Jetzt müssen wir hier schwingen. Und ihr könnt euch schon denken, wie eklig das ist. Genau. So. Und Ligeronnen. So zerronnen. Äh, ja. Ich hoffe, May ist alles gut. Dann würde ich sagen, an dieser Stelle, wir sparen uns einfach die Frau erstmal auch. Mit ihren drei Schlägern ist ja jetzt alles wieder zurückgesetzt. Und gehen direkt zu May. Wir haben mal kurz uns hier umgeschaut, was es hier gibt. Wenn wir Zigaretten finden, sollten wir auf jeden Fall an dieser Stelle zurückkehren, da wir da zwei Wiederholungen bekommen können an dem Punkt. Was natürlich, ähm, sehr viel wert ist. Aber jetzt wollen wir erstmal hier. Und das war genau die Stelle, wie ich am Anfang schon sagte, an der habe ich dann so lange verkackt, bis die Wiederholungen alle waren. Musste dann Spielstand neu laden und, ähm, war schon richtig gut gelaunt auch. Ja, da ruft sie wieder. Aber... Lieber zwei Kugeln in der Pistole. Als eine Wiederholung jetzt hier wieder. Von der Topf dieses Rettkirche, könnte ich den Grappelpunkt erreichen. So, wir müssen uns genau auf diesen Balken schwingen. Ich glaube, ein bisschen links noch. So, und hopp. Und, hepp. Wow, 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 hoch mit dir, Freund. Fang nicht an, so Kacke zu machen. Okay, das hätten wir geschafft. Und ich würde sagen, wir gehen einfach hier mal zurück zur Mall, auf diesem Weg. Auf dem sind wir schließlich auch gekommen. Da vorne flattert wieder die Fahne der Vereinigten Staaten im Staubsturm. Und, ja, nochmal einen Blick hier in das Düstere geworfen. Dann geht es auch schon weiter. Ja, wir werfen mal einen Blick in die Karte. Wir müssen jetzt hier runter. Hier runter müssen wir dann einmal rum und nochmal runter. Jetzt einmal neu orientieren, schnell. Genau, und hier links. Ich hoffe, der Weg ist frei. Hier schon mal nicht. Gehen wir diese Schräge da hoch? Sonst müssen wir uns einen anderen Weg suchen. Die Schräge scheint nicht zu funktionieren. Das heißt, wir brauchen auf jeden Fall einen anderen Weg zurück in die... In die Mall. Jetzt nochmal schnell über den Staub. Vor wir wieder Ausdauer verbrauchen. Ja, komm hoch, hast du es geschafft. Also, dann können wir höchstens versuchen, hier einmal einen weiter zu gehen, noch. Denn hier ist ja die Straße runtergebrochen. Hier kamen wir runter, meine ich. Wir können jetzt hier eigentlich nur rüber balancieren und hoffen, dass wir da irgendwo rauskommen, wo wir hin können. Von da oben kam es mal runter. Also, ein enormes Loch. Noch mal so ein bisschen hier rumschauen. Ich sollte versuchen, da mit meinem Grapplinghack zu schlafen. So, da vorne können wir uns mit dem Enter-Haken festklammern. Allerdings habe ich noch keine Ahnung, wo wir da hin sollen. Hm. Das wird auf jeden Fall jetzt wieder ein bisschen eklig. Ach, er will da ganz da hoch. Na hopp. Das schaffen wir. Und hier waren wir am Anfang unseres Abenteuers. Und Achtung, und hepp. Und hoch. Ja, das hat ja super geklappt. Hier kamen wir runter und da habe ich noch hier runter geguckt und habe gesagt, hier geht es nicht weiter. Ja, jetzt geht es hier auf diesem Weg wieder zurück. Und wir gehen hier hoch. Kurz einen Blick hinter uns werfen. Ja. Definitiv geht es hier wieder hoch. Und jetzt können wir May endlich wieder das Antibiotikum bringen. Wir gehen hier hoch. Über das Ohr. Ja, das ist alles etwas... Ein bisschen improvisieren müssen wir natürlich. Und hier hoch. Und dann hopp. Und dann sieht es so aus, als wären wir gleich am Ausgangspunkt angelangt. Hey, du! Ich kann dich sehen. Ja, Kollege. Ja, du hast eine Waffe. Ja, das ist es. Du hast einen Obstsalat. Den holen wir uns bei Zeiten. Aber... Komm bloß nicht wieder. Kann ich nicht versprechen. Jetzt schleichen hier auch welche rum. Drei Stück sehe ich. Vier Stück wieder. Er hat eine Pistole. Und... So sagen. Gott. Das macht die Weinflasche. Die stellt einen aus. Na ja. Die heben wir uns auf jeden Fall auf. Wir haben eine Konserve, die zwei Ausdauer regeneriert. Und auch zwei... Nein, das müssen die Schmerzmittel erst mal wieder tun. Ich werde mal zwei Stück nehmen. Dann sind wir ein bisschen gewappnet. Wir haben aber auf jeden Fall zwei Kugeln wieder zurück erhalten. Das ist schon mal ganz gut. Wir sind also mehr oder weniger bis auf die Schmerzmittel Null auf Null rausgekommen. Das war eben... Sehr mitreißend. Und da... Wurde ich dann... Komischerweise still. Ich hoffe jetzt nur, dass es May gut geht. Ich hoffe jetzt.